Hallo zusammen, heute wollen wir den ersten Online-Kurs starten. Ich möchte euch mit der experimentellen Monotypie ein bisschen anfreunden. Was ist experimentelle Monotypie? Das ist eine Drucktechnik, die schon Max Ernst zum Beispiel benutzt hat. Hier könnt ihr sehen, hier zum Beispiel hat er mit Papier gedruckt. Eindruck heißt der Mono. Dann gibt es Herbert Brandl, der ist ein zeitgenössischer Künstler, der mit der Glasplatte auch druckt. So, und euch, wir wollen das heute auch ausprobieren. Dazu braucht ihr erst einmal eine Glasplatte. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch hier ein Plexiglas, schaut einfach mal vielleicht auch von einem alten Glasrahmen, Bilderrahmen benutzen. Oder hier einfach so eine Folie. Muss aber ein bisschen fest sein und abwaschbar, das ist wichtig. Dann ist noch wichtig, Farbe. Ich habe jetzt hier Acrylfarbe, schwarz, orange und weiß. Zu der Inspiration, was machen wir überhaupt, habe ich euch jetzt hier Steine hingelegt als Inspirationsquelle. Und wir konzentrieren uns jetzt mal auf diesen Stein. Wir gucken uns die Farben an. Äh, die Farben. Ja, dafür habe ich ja, wie gesagt, diese ausgewählt. Und jetzt starten wir einfach mal. Finsel braucht natürlich auch Wasser. Jetzt nehme ich die schwarze Acrylfarbe und gucke jetzt mal ein bisschen, macht die Außenlinien praktisch nach von dem Stein. Aber nur so, ja, so ungefähr. Das ist ja auch eine abstrakte Urgensweise. Wobei es dann auch natürlich, je nachdem wie ihr es ausarbeitet, auch realistischer sein kann. Jetzt nehme ich den Pinsel und ein bisschen Wasser. So. Okay. Ihr seht schon hier, durch das Wasser sind hier auch schon sehr schöne Verläufe. Und wenn ich das schwarz und das weiß reinziehe, gibt es so schöne Stielen. Aber da könnt ihr einfach weiter selbst auch ausprobieren. So. Jetzt geht es weiter, dass ihr die Glasplatte umdreht. Jetzt druck ich einfach hier so drauf. Ihr seht schon, je nachdem wo ich dann die Farbe verschiebe, entstehen dann andere Schlieren und Rhythmen und auch von der Komposition her. Jetzt seht ihr, dadurch, dass die Glasplatte sich abgehoben hat, entstehen hier auch nochmal so Reliefs. Was natürlich auch von der Haptik zu den Steinen sehr nahe kommt. So. Jetzt kann ich, habe ich natürlich hier noch viele Farbe. Ihr könnt einfach nochmal mit anderem Papier ausprobieren. Ich habe jetzt hier so Butterbrotpapier. Und drücke jetzt hier einfach auch nochmal drauf. So. Da entsteht jetzt wieder eine andere Kontur. Oder ich nehme, das ist Architekturpapier. Das ist jetzt glatt. Und drücke jetzt auch nochmal. Und ziehe es ab. Ja. Und jetzt habe ich einfach noch normales Packpapier. Und drücke das auch nochmal drauf. So. Ihr seht ja, die Farbe wird immer weniger und dadurch entstehen andere Muster. Ja. Das ist jetzt sehr zart. Aber wenn man jetzt anfänglich und auf dem Packpapier gearbeitet hätte, wäre natürlich dann eher sowas entstanden. Aber da kann man ja rumexperimentieren. Da habt ihr totale Freiheit drin. Das ist ja das Schöne da dran. So. Jetzt gehe ich so ein bisschen mal in die Details. Ich nehme jetzt hier einen Bleistift. Und schaue mir jetzt nochmal hin. Ich knicke mir den Stein hier ein bisschen näher hin. Und schaue mal, ob ich hier noch ein bisschen mehr Konturen reinsetze. Ja. Bisschen Schraffur. Gehe teilweise auch hier rein und ziehe es weiter. So. Aber das lasse ich jetzt erstmal weiterhin offen. Das könnt ihr natürlich auch mit diesen Beispielen und diesen Beispielen einfach weiterführen. mit Bleistift oder auch mit Feinlinern. Dass ihr die kleinen Abdrücke weiterführt. Ja. Wie ihr Lust habt. Versucht es einfach aus. Und habt Spaß dabei. Und jetzt lasse ich euch erstmal hier mit alleine. Und ihr versucht weiterzumachen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal weiter damit beschäftigen. Macht's gut. Und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020